Dieter Pumper, vor drei Tagen sah das ja alles noch ein bisschen anders aus. Heute glänzt die Anlage wie eh und je, wie bei allen anderen Turnieren. Ist alles gerichtet? Kann es losgehen? Ja, wir hatten ja drei Tage und drei Nächte Zeit, das vorzubereiten. Das ist alles okay. Das nächste Springen beginnt dann mit 20 Minuten. Und dann werden wir sehen, es ist alles geordnet und geschaffen worden. Wir haben alles 5-1. Es muss eine Menge an Aufwand gewesen sein. Mit wie vielen Leuten kriegt man das alles so hin? Wie viel seid ihr? Ja, so in der letzten Woche waren 30 bis 40 Reiter, die hier ehrenamtlich gearbeitet haben. Und da möchte ich mich auch bedanken dafür. Es ist Wahnsinn, wie die alle hier geschwindet und geschuftet haben. Nun gibt es sicherlich Erfahrungen, aber ich denke mal, jedes Jahr ist eine neue Herausforderung. Man arbeitet, glaube ich, schon nach dem letzten Springen gleich am Gelingen des nächsten Jahres. Ja, es gibt eine Checkliste, die arbeite ich ab. Und was hier nicht klappt oder was verbessert werden kann, schreibe ich mir für das nächste Jahr auf. Und so läuft das immer wieder ab. Eine Neuerung ist der neue Wassergraben. Haben wir schon gesehen im Bild. Eine Geschichte, die die Reiter so ein bisschen eingefordert hatten, nicht? Ja, nee, für das Bundeschampionat, welches wir hier haben, ist der günstige alte Wassergraben. Aber der bleibt da, weil es historisch gewachsen ist. Den haben wir seit 1960 im Stadion. Den gibt es auch am Sonntag einen großen Preis für das Markei. Und der andere Wassergraben ist für das Bundeschampionat und ist ideal, wir haben also zwei Wassergraben. Gut, also dann wünschen wir ein gutes Gelingen. Gutes Wetter wird sein, das zeigt die Wetterkarte so. Jetzt kommen bestimmt auch jede Menge Leute. Und auf geht's. Alles Gute, gutes Gelingen. Das haben wir, vielen Dank. Vielen Dank.